Das alte Sprichwort, ein gesparter Penny ist ein verdienter Penny, wurde für den Mann in diesem Video zur Realität. Wer hätte ahnen können, dass ihm seine Sammelleidenschaft ein paar tausend amerikanische Dollar einbringen würde? Wusstet ihr, dass Münzen und Geldscheine nach Comics zu den beliebtesten Sammlerobjekten gehören? Auch Oldtimer, Spielzeug und Briefmarken gehören dazu. Es gibt nichts, was verrückt genug ist, denn man kann alles sammeln und das so lange, wie man will. Es gibt Sammler und es gibt Menschen wie Otha Anders, einem richtigen Sammelfanatiker. Und zum Glück war das nicht umsonst für ihn. Nachdem du dir das Video angeschaut hast, wirst du sicherlich nie wieder an einem Penny vorbeigehen. In diesem Video erfahren wir die Geschichte eines Mannes, der 45 Jahre lang Münzen sammelte, um sie dann gegen einen erstaunlichen Kurs zu tauschen. Alles begann, als Otha vor 45 Jahren auf der Straße eine Münze fand. Er beschloss, sie aufzuheben und zu behalten. Von da an hob er jede Münze auf, die er fand und er wurde immer eifriger beim Sammeln. Er behielt nur Pennys, andere Münzen wurden nicht in seine Sammlung aufgenommen. Als Sammler wünscht man sich eine einzigartige Sammlung und es klingt viel interessanter, wenn man eine riesige Sammlung von einer Münzsorte hat, als wenn man alle Münzen, die man finden konnte, aufbewahrt. Menschen, die sammeln, haben in der Regel auch eine besondere Bindung zu ihrer Sammlung. Und das ist verständlich, wenn man sie über Jahre hinweg mit großer Sorgfalt aufgebaut hat. Man hängt mehr und mehr daran und gibt nicht so leicht auf. Für Otha Anders war seine Münzsammlung mit seinem Glauben verbunden. Er sah die erste Münze, die er fand, als ein Zeichen Gottes, das ihn daran erinnerte, zu beten und dankbar zu sein. Jedes Mal, wenn er eine fand, erinnerte sie ihn daran, ein Gebet zu sprechen. Für viele Menschen hat ein Penny keinen Wert, Aber für ihn bedeutete eine solch vergessene Münze, dass Gott ihn darauf hinwies, dass er für das, was wenig erschien oder fast keinen Wert hatte, dankbar sein sollte. Wie das bekannte Sprichwort sagt, jeder Penny zählt. Natürlich entsteht eine so große Münzsammlung nicht nur dadurch, indem man Münzen sammelt, die man zufällig auf der Straße findet. Othas Hobby blieb nicht unbemerkt und Familienmitglieder und Freunde schenkten ihm ihre Münzen. Doch hatte er eine Bedingung. Er wollte für jede Münze, die er erhielt, bezahlen. Für ihn war das Münzsammeln nicht mehr nur ein Hobby, es wurde eine ernste Angelegenheit. Er bezahlte nicht mehr mit seinen geliebten Münzen und er sorgte immer dafür, dass er Wechselgeld erhielt. Er sagte, ich habe nie einen Pfennig ausgegeben. Ich würde lieber einen Dollarschein umtauschen, als auf einen Pfennig zu verzichten. Auch seine Schüler bemerkten seine Sammelleidenschaft und unterstützten ihn. Ebenso ein guter Freund, Jack Brown, der 5 Centstücke sammelte. Das ging so weit, dass er, als die US-Regierung wegen des Mangels an Pennys sogar 125 Dollar für Münzen im Wert von nur 100 Dollar zahlte, er nicht einmal daran dachte, sie einzutauschen. Für ihn waren es mehr als nur Münzen. Es war eine Sammlung von Gebeten und somit unbezahlbar. Ende 2015 musste er seine geliebte Sammlung auflösen. Doch warum? Nach 45 Jahren? Die Münzen füllten inzwischen 15 Flaschen und übertrafen damit sein Ziel von 5 Flaschen. Leider würde seine Münzsammlung nicht in die Versicherung seines Hauses übernommen. Sie wären nicht für den Fall eines Brandes oder Einbruchs versichert. So blieb ihm nichts anderes übrig, als seine Sammlung aufzugeben und bei seiner Bank einzutauschen. Othar vereinbarte einen Termin und trotz des Münzzählers dauerte es 5 Stunden, bis auch der letzte Penny gezählt war. Es waren 513.614 Pennys mit einem Gesamtgewicht von mehr als 1300 Kilo. Darauf wäre sogar Dagobert Duck neidisch gewesen. Für die Münzen, die er 45 Jahre lang gespart hatte, erhielt er einen Betrag von 5136 Dollar. Er hat jedoch seine Leidenschaft nicht verloren und wer weiß, was er aktuell sammelt. Auf jeden Fall hat er in seinem Leben mehr als eine halbe Million Gebete gesprochen und das kann ihm niemand wegnehmen. Eine weitere einzigartige Sammlung Auch der 78-jährige Richard Jones aus Blackwood in Süd Wales hat sich in mehr als 50 Jahren eine Sammlung aufgebaut. In den 60er Jahren begann er, während seiner Tätigkeit als Schreiner Nägel zu sammeln. Wer sammelt schon Nägel? Und ist das wirklich spannend oder interessant? Für ihn sind Nägel super interessant und mit seiner Sammlung von mehr als 3000 Stück will er ein Umdenken über diese herbeiführen. Dieses unscheinbare Baumaterial steht in der Sammlung von Richard Jones im Rampenlicht. In den letzten 5 Jahrzehnten hat er Nägel aus verschiedensten Ländern gesammelt. So hat er zum Beispiel welche aus Deutschland, Australien, den Vereinigten Staaten und Italien in seiner Sammlung. Einige stammen sogar aus der Römerzeit. Richard ist sehr stolz auf seine Sammlung, die auch eine der größten Nagelsammlungen der Welt ist und findet keineswegs, dass es ein langweiliges Hobby ist. Als Kind begann er mit dem Sammeln von Nägeln. Seine Sammelwut war nicht aufzuhalten und weitete sich aus, als er später selbst in einem Möbelgeschäft arbeitete. Er kam mit verschiedenen Arten von Nägeln in Kontakt und Kollegen, die seine Fuhr die bekannten, brachten ihm auch historische oder einzigartige Nägel. Er kaufte auch Nägel auf Antiquitäten, Messen und Märkten und jetzt werden ihm Nägel aus der ganzen Welt geschenkt. Richard Jones' Traum ist es, dass seine Sammlung in das Nationale Historische Museum seines Landes aufgenommen wird. Mit Leidenschaft erzählt er, dass die Nägel die Geschichte der menschlichen Zivilisation darstellen. Hinter den Nägeln verbirgt sich eine reiche Geschichte. Wenn man denkt, dass das Sammeln von Nägeln langweilig sei, ändert man seine Meinung nach einem Besuch von Richards privatem Museum. Seine Nägel sind ordentlich ausgestellt und mit Beschreibungen umrahmt. Er erhielt viel Unterstützung bei der Entwicklung seines Hobbys von seiner Frau, die leider verstorben ist. Seine Sammlung wird auf Dampfmessen ausgestellt, auch wenn er zugeben muss, dass im Allgemeinen nur eine kleine Gruppe von Besuchern kommt, um sich seinen Stand anzuschauen. Es ist überraschend, dass sich Frauen anscheinend mehr für die Nägel interessieren als Männer. Frauen haben vielleicht ein besseres Auge für die künstlerische Komponente. Jones verbringt seine ganze Zeit mit seinen Nägeln und tut nichts anderes, als mit anderen Enthusiasten und Interessierten darüber zu sprechen. Jemand, der von so etwas so begeistert ist, wie von einem alltäglichen Nagel, ist sicherlich ansteckend. Und, um ehrlich zu sein, eine solche Sammlung von Nägeln aus verschiedenen Teilen der Welt, aus verschiedenen Epochen und in verschiedenen Formen und Größen, ist sicherlich beeindruckend und einen zweiten Blick wert. Der Milchflaschensammler Das Sammeln verschiedener Objekte wird von einigen als ein Hobby ihrer Kindheit angesehen und lässt später nach. Und doch gibt es viele, die beweisen, dass alte Gewohnheiten nur schwer absterben. Der englische Milchmann Paul Luke ist ein lebendiges Beispiel dafür und hat den Weltrekord für die größte Milchflaschensammlung aufgestellt. Der 33-jährige Mann aus Essex begann im Alter von neun Jahren mit dem Sammeln von Milchflaschen und hat inzwischen etwa 10.000. Seine erste Flaschensammlung wurde auf dem Fensterbrett seines Elternhauses ausgestellt. Es ist zwar nicht der ideale Platz im Haus, aber seine Eltern waren einfach froh, dass ihr Sohn eine nützliche Tätigkeit gefunden hatte und sich so leidenschaftlich dafür einsetzte. Eine Tätigkeit, die ihn, wie seine Eltern hofften, aus Schwierigkeiten heraushalten würde. Wie bei anderen fantastischen Sammlern geriet auch Lukes Hobby durch das Wachstum seiner Sammlung außer Kontrolle. Die Sammlung besteht aus einzigartigen Flaschen, die nirgendwo zu finden sind und Flaschen von ehemaligen Milchvieh betrieben. Der finanzielle Wert ist für Paul Lukas nicht wichtig. Er baut seine Sammlung einfach weiter aus und er hat mittlerweile auf seinem Hof ein kleines Museum errichtet. Die Flaschen füllt er mit Styroporkugeln. So sieht es aus, als sei Milch in den Flaschen. Nach etwa 24 Jahren kann dieser enthusiastische junge Mann zu Recht stolz auf seine besondere Sammlung sein. In diesem Video haben wir die Geschichte von Otha erfahren, der 45 Jahre lang Münzen sparte. Wir haben gesehen, dass es für diese Sammler nicht die Erzielung der finanziellen Vorteile war, die am wichtigsten war, sondern die Leidenschaft, der Glauben, die Disziplin und Beharrlichkeit. Auch wenn die Leute es etwas seltsam finden, sollte es einem nicht abhalten. Auch die Unterstützung der engen Familie und Freunde ist wichtig. Denn es ist großartig, Verständnis für etwas zu bekommen, wofür man so viel Zeit und Energie investiert. Und wer weiß, vielleicht habt ihr auch bald eine besondere Sammlung aufgebaut? Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Gibt es Themen, die euch interessieren? Schreibt diese einfach in die Kommentare. Wir freuen uns über ein Like und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.